Erfolgreicher Tag für die deutschen Sportlerinnen bei den Europameisterschaften der Leichtathleten. Vor einer guten halben Stunde gewann Grit Breuer in Budapest zum zweiten Mal nach 1990 den 400-Meter-Lauf. Sie blieb nicht die einzige, die am Abend ganz oben auf dem Treppchen stand. Kommt sicherlich gleich. Kommt nicht. Okay. Schade, tut uns leid. Und nun die Wettervorhersage für Samstag, den 22. August. Und nun die Wettervorhersage für Samstag, den 22. August. Und nun die Wettervorhersage für Samstag, den 22. August. Und nun die Wettervorhersage für Samstag. Und nun die Wettervorhersage für Samstag.